Was ist das Leben aus der Vogelperspektive? Was ist das Leben aus der Vogelperspektive? Was ist das Leben aus der Vogelperspektive? Manchmal sollte man sich zurücklehnen Manchmal sollte man sich zurücklehnen Und das Leben aus einem breiten Winkel betrachten Und das Leben aus einem breiten Winkel betrachten Und das Leben aus der Vogelperspektive Und das Leben aus der Vogelperspektive Und das Leben aus der Vogelperspektive Was ist das Leben aus der Vogelperspektive? Dinge, die uns aus der Nähe bedeutungslos erscheinen Dinge, die uns aus der Nähe bedeutungslos erscheinen sind vielleicht im großen Bild sehr bedeutungsvoll Sind vielleicht im großen Bild sehr bedeutungsvoll Manchmal sollten wir uns auf bestimmte Dinge mehr konzentrieren Manchmal sollten wir uns auf bestimmte Dinge mehr konzentrieren Und das Leben aus der Vogelperspektive Und das Leben aus der Vogelperspektive Und das Leben aus der VogelWork Musik 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 Hayatta bazen bakış açımızı değiştirmeliyiz. Manchmal sollten wir im Leben unseren Blickwinkel ändern. Musik Manchmal sollten wir im Leben unseren Blickwinkel ändern. Musik 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 Belki o zaman çok daha güzel şeyler görürüz. Vielleicht sehen wir dann viel schönere Dinge. Vielleicht sehen wir dann viel schönere Dinge. Musik 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 Manchmal in einem unerwarteten Moment Manchmal in einem unerwarteten Moment Fängt es plötzlich an zu regnen Fängt es plötzlich an zu regnen Vielleicht führt das Unerwartete im Leben zu mehr Spaß Vielleicht führt das Unerwartete im Leben zu mehr Spaß Schüterwetter Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal Schüterwetter Schüterwetter Untertitelung des ZDF, 2020